Halt sich dort so ein bisschen Möchtest du die Flak haben? Mehr bei A oder mehr bei B? Mehr bei A Möchtest du hier mit dem Hot reingehen? Der ist so unflexibel, oder? Ist aber schön Mit die Karte Na, Kampf ist ja glaube ich nicht so gut Ich würde auch nach B fahren Ich komme mit nach B Schmittel, du fährst nach B? Ich komme mit nach B Also Typen Kenn ich nicht Aber das haben auf jeden Fall schon mal alle gespawnt Ich kann gleich mal mit der Drohne hochgehen Ich suche mir nur gerade ein Plätzchen Seht ihr schon was wegen dem Flieger? Nein Ich habe auch nichts auf dem Radar irgendwie So, ich check mal die Ging mit der Drohne ab Ja, das ist eine gute Idee So leichter fand ich Ja, dann willst du das reinfahren schon? Nee, oder? Nee, nee, nee Wir blamen erstmal aus Ich gucke erstmal mit der Drohne Lass mal, warte mal Da sehe ich schon mal zwei Da einer Da einer Scheinbar zieht so sein, ne? Hm Der schießt gerade, Achtung Hier, der schießt Ja Man, das ist gecappt Ich bin jetzt rein in A Ja, in C sehe ich einen Flak ist es Fuck, dieser scheiß Flakturm ist im Weg da Sollte einer cappen Zwei sollten ihn decken Und der Rest sollte Richtung B gucken Wir müssen jetzt zurückziehen Ich wurde entdeckt, wird beschossen Ich auch Dann komme ich mal am Panzer, ne? Die kommen wahrscheinlich über C gleich hinten rum, oder? Ja, wir fassen mit dem Panzer Vermute ich auch Deshalb, wie gesagt, wir sollten B Ich check C gerade ab B1 ist gerade schlecht, wird knapp gesniped Ist einer von uns auf C? Ne, ich versuche es mal auf C abzufangen Ich fahre rückwärts Da ist ein Panzer Zwei bleiben mittel bei A Zwei decken mit A Da ist eine Flak, das sieht aus wie die italienische Wie heißt das Ding? Ah ne Ne, ah ne, ah ne, das kann ja gar nicht sein Ne, okay, das ist was anderes Ok, ich bin entdeckt, ich werde beschossen Ah, der da vorne Ah, fuck Da steht auch einer und schießt Warte tief, fahrt nicht oben rein Ich bin weg, Rakete Ich bin weg, Rakete Marker ist ein Gegner BMP1 Sehr schön Wo steht der denn bitteschön? Der war ein C, oder? Kann das sein? Ja Wie hat er mich denn da sehen können? Ab in STB1 Ne, ne Flak hat den Christian weckern Ne Flak hat mich Die ist am Vorm Castle Am Stadtrand Ja Außerhalb Aber wie der mich von da hinten hier sieht Engine Oh Gott, sieht der mich oder nicht? Sieht der mich oder nicht? Sieht der mich oder nicht? Ja, er sieht mich Hallo Peter, ich fahr mit dir mit Der brennt, ist am Eingang nach C Du bist beschossen, gib Gas Ja Danke Ist bei B frei Ich guck grad für die Drohne Ich guck grad für die Drohne Wie selber ist Hier oben kam ein Schuss her Ich kann mich nicht zeigen Ja, genau da auf der Marke steht da BMP Ich hör was bei ihm Kann keiner den Ich steh die Ich steh die Wanne voraus Fährt nach links weg Zwei Panzer hinterm Stein 80 Meter voraus links Dann auf dich zu Genau Ja Die Flagge steht die Jetzt fährt sie wieder Jetzt hat sie den Motor repariert Zwei Stück Ich bin kurz vor B Ey Leute Die stehen schon hier? Hinter euch Hinter euch Ja ich hier Zwei Stück Ich hab'n keiner raus bei mir grad Bei Predrag zwei Russenpanzer Ich bin fleißig am aufklären Kommandant Ladeschütze Gesichtsverschluss Ey das gibt's doch nicht Jetzt kommt ein Gegner zu mir Wann? 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 Wann komm'n Garnicht mehr auf xein eigenes Wrack zurück Ist der BMP ja abgeschlossen worden? Nee der steht da oben Na der steht hier bei mir too scheiße Der hat mir ganz geklappt Hä Ja klar. Fabi, ich komme mal zu dir rüber. Ja, ich habe hier einen Turm 3, der gegen mich kämpft. Ja zu links, ja ja genau. Brauchst du Aufklärung oder? Ich weiß wo der ist, der ist hier. Ja? Direkt bei mir. Gut, dass du was sagst. Hab ihn. Ich muss aber einfach hier noch zwei Crewmitglieder. Alles klar. Oberhalb von B ist ein M103 oder so. Sehr schön. 30 Sekunden. Bis dahin, ich hoffe, siehst du dir. Ich fahre mal Richtung B. Eine Flak dahinter, hinter links. M103 ist raus. Fein Flak fährt im Wasser auf B zu. Ja. Daniel bei Alcon. Irgendwann scheint ja vor mir noch was zu sein. Ja. Da ist was. Ich muss auch 20 Sekunden aufbauen. Ungefähr die Position von der Flak? Negativ. Die ist jetzt im B. Also die Kappt gerade. Ich versuche aufzukleimen mit der Drohne. Die ist von C aus reingefahren im B. Ja, ich sehe sie. Hier. Ja. Schwer auf AT drauf. Ist der Marker exakt? Im Wasser. Genau. Hier exakt, ja. Im Wasser hinten dran. T55 steht hier. Sehr gut. Ist das einer vorne? Der B. 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 Warte mal kurz, hier ist der B. 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 T-55 Lade T-55 bitte gespottet halten Alter, von da schießt noch irgendwas Ja, es ist T-55 Ne, ich hab grad geschossen Ich denn nicht Der ist genau hinterm Stein da Ari ist drauf Ich versuch da stattdessen dann B zu decappen, wenn ich dem BMP ausweichen kann Er nebelt Ich nebel Ich nebel ihn zu, damit er nicht schießen kann Ari trifft, er ist getrackt Oh, der BMP ist bei mir Wo ist bei dir? Äh, hier Kommt rangefahren zu mir Nein Nein Ja, Gott sei Dank, danke Ich hab voll gegen den Stein gesammelt Er steht immer noch hier Äh Sauber Sehr gut Das war's Das war's, alle raus Hier noch oben an der Kante, ey Das sind alle raus Gut, umacht Hart erkämpft Tja, so wie es jetzt läuft, konnte ich ja fast mal ein Flugzeug nehmen Boah Noch schön gedreht Sehr gut Waren wir überhaupt mal in Unterzahl? Weiß ich gar nicht Ja, gleich am Anfang, als ich explodiert bin Ah, okay Hat der K-55 ein Stubby? Ja Jaja, klar, natürlich Natürlich Okay Der hatte nur früher in AMA 2 keinen Stab, ich weiß keiner Flak, wo will sie am Glück? Äh, A2 Alpha 2 Ich brauche dann erstmal Wo willst du die positioniert haben? Da ist nur ein Stück vor, bleib hier aber An der Straße Äh, noch so weit hinten, dass die dich auf gar keinen Fall von der anderen Seite der Straße kriegen können Ja Also irgendwo hier Jaja, okay Ich hör Flieger Ich hab zwei auf dem Radar Haben wir einen eigenen? Ja, hier ist direkt einer über uns schon Ja, der hat schon aufgeklärt Oder hast du ne Zoo 11? Christian Über dir Hinter uns schon quasi Ja 80 Grad Er schleift, er schleift Oben links Senkrecht über uns, links oben Rote Flagge oder nicht? Christian fliegt uns an Bomben bekommt Wo? Wo? Hast du den nicht auf dem Radar? Nein, der hier so nah ist nicht Jetzt hab ich ihn, der war zu dicht dran Ich hatte nur den anderen und da kam ich nicht ran Aber er hat sein Böhmchen verschmissen, wenn ich es richtig verstanden habe Der hatte Hat er alles richtig gemacht Ich komm dann mit dem Panzer, ja So C wird gecappt, das heißt die sind auf einer anderen Stelle Kommst du mit dem Panzer Hast du zurück zu dir kommen? Ja So wie es aussieht, weiß nicht, kann mal einer mit der Drohne fliegen? Haben wir nicht, ne? Ich hab keine Ne Ich hab die Straße gequert, ohne beschossen zu werden Da sind wahrscheinlich alle bei C Ne, bei B krieg ich Besuch Ok, von wo, von Ich hab momentan nichts auf dem Radar Ja, ich brauch ein bisschen Ja, ich brauch ein bisschen Ich muss rumfahren Steht jetzt dran, ne? Hast ihn? Nein, er steht im Cap Scheiße Ich brauch ein bisschen mehr Ok, kommt mal ein bisschen zur Positionierung jetzt schon B Ah, pack! Warte Ok Die sind nämlich alle auf C gefahren Die sind jetzt alle auf B Puschen Ok, wir fahren mit B-B Ich hab den nicht gesehen, den Vogel, ey E 44, das ist Verzweiflung, das ist gut Ja, und der hat natürlich schlecht Wo ist er? Ist weg, aber mein Drehkran ist kaputt Bin da Was ist das denn, ey? Tschüss, du hast auch Cap Oh, ich bin weg vom T-55 Weiß nicht wo Von hinten Ach, von hinten, ja Ach Leute Der ist rumgefahren Genau so rumgefahren Wie wir hier gerade Ja, natürlich Knappen gekrittet Boomdrehkranf raus Ein T-55 steht mitten zwischen den Gebäuden, Cap Oh, wo, wo, wo Was ist über eine? Wo ist er geklappt? Mitten zwischen den Gebäuden im H Der Käppt hier Käppt hier, damit der Zeug kommt Es ist Cap So Robert, fahr weiter vor Ja, bin unterwegs Die haben also Zwei Flachse haben wir gerade zerstört, da dürfte keine mehr sein Äh, da fährt sich wieder raus Pass auf, Freda, der kommt direkt vor dir, Robert Nicht weiter vorfahren, nicht weiter vorfahren Zurück, 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 zurück Lass die doch kommen da Ja Robert, der guckt auf dich jetzt Fahr zurück Ja Könntest du eventual pushen Ich pushe Er guckt auf dich, er guckt auf dich, zurück, zurück, zurück Ah, sehr gut Nice Ah, der muss noch nachladen Das war knapp So, die haben noch die beiden Flugzeuge Fliegzeuge, Flugzeuge Ups Der Kämpfe Der Kämpfe Der Kämpfe Er ist noch ein Panzer Auf, das ist ja ungünstig und der euch jetzt riecht Vielleicht fährt noch mal einer zu C Ich fahre nach C Ich fahre nach C Ich fahre auf Ich verteile mich Und ansonsten verstecken Da ist noch zwei rote Cap findet den schon Cap macht den schon weg Ich habe nur noch kurz ein paar Raketen Du hast keinen MG Nur noch ein paar Raketen Nehmen wir viele Ich habe nichts auf dem Radar Ja, dann holen wir halt C Und dann ist die Sache auch gegessen Ich will hier uns spawn campen Sicher ist sicher Konto ist aufs Radar incoming 3 Kilometer Oh, ich glaube ich habe ihn kurz gesehen 2,5 Ja, da ist er Park hier Christian schieß drauf Ah Er ist entkrettet Cap, der ist hinter dir Ja, ja, alles cool Der jagt dich Cap Nein, nein, warte mich Ne, jetzt nicht mehr Jetzt verliere ich ihn Jetzt will er bomben Ey, jetzt auch nicht Der geht auf mich Bist du direkt bei C Der Penner geht auf mich Das darf nicht... Jawoll Bombe ist raus Wahrscheinlich noch auf Christian, ja Sehr schön Hey, wieder auf der Stachel So Hat Spaß gemacht Komm schon, eine geht noch Bitte eine noch Ja, eine noch Eine noch Eine noch, ja Eine haben wir noch Weil es so schön war Und jetzt, weil es so schön war Nämlich meine China-Flag Oh Weil die geht auch gegen Panzer Ja, aber scheiße gegen Flieger Ich komm mit oben rein Ist nur ein Unsinn Ich muss ja bei euch bleiben Also auf der H-Linie meinst du, ja? Ähm Mit unten Soll ich Soll ich Mit der Flag soll ich warten Wie möchtest du es haben? Ähm Noch ist nix da Nee, komm, komm so rein Mit dem Panzer Richtung Charlie, ja? Ja Ja Mal wechselt Unten und oben Bei der Pate ist es ein bisschen Wierig Das ist auch eigentlich links, aber egal Oben ist da wo sie runterfallen können Unten ist das andere Soll ich trotzdem hier unten bleiben? Ich fahr in C rein und Nehm einen fürs Team Und shit Verstehe Ja Du hast einen gefunden Ja ich habe einen gefunden Wo war der? Der ist in dem braunen Brei, kommt der angefahren. Es sind zwei T-55. Oh wow. Stehen hier oben. Drei Stück stehen da. Zwei T-55 gleich im Cap. Beiden habe ich. Beide T-55 im Cap. Bei C. Ja. Artillerie auf C. Einer fährt rechts rum. Wo ist dieser IKV? Oben. Hier oben steht noch was. Einen aus C habe ich. Sind beide jetzt raus? Nein. Ich hatte einen. Beide aus C raus. Beide tot. Hier oben ist einer. Ja genau. Der andere ist nur Fake. Und da ist aber noch einer. IKV, ne? Ja, das ist ein IKV, ja. Der guckt... Der steht direkt neben dem... Der guckt runter. Das sind zwei sogar, oder? Bei dem brennenden Frack da. Jetzt guckst du auf die Flanke. Dahinter ist eine Flanke. Fabi, guckst du... Der guckt auf die Flanke. Ja, das sind zwei. Ja. Der andere ist ein Jagdpanzer. Ein Hot. Genau. Und hinter dem Jagdpanzer ist irgendwas Flackartiges. Der Jagdpanzer... Probiert sich neu. Also ich werde weggefahren. Da hat ein Flieger gehört. Ja, da ist ein Jet. Würde meine Gasturbine sein. Nein. Nein, da ist ein Flieger. Ich fahr erst mal in C rein, ja? Ja. Der Scheiss. Bist du an, ich fahr runter? Ich fahr runter. Du bleibst hier oben. Derjenige, der in C fahren möchte, passt auf. Die haben Sicht auf C, ne? Ja. Das kann euch smoken, wenn ihr wollt. Von der um. Von der um. Von der um. Wo der ersten Kind gerade entlang fährt, ne? Denkt gerade, da sind zwei. Okay, ich behalte sie im Auge. Ja. Soll ich jetzt smoke oder nicht? Nein. Falken tot. Ich weiß es, der Hot hat geschossen. Der Hot hat geschossen. Wo ist der? Direkt voraus, der ist so auf der Anhöhe. Der ist hier zwischen der Falken und meinem Rack. Ja, der wird jetzt nach rechts gefahren. Der wird jetzt nach rechts gefahren. Der wird jetzt nach rechts. Rerit und Daniel, genau. Nice. Habt ihr ihn? Ja, zeig. Einer noch. Ja gut. Sniper? Ja, sauber. Alles klar. Super. Sehr schön. Hey. Du. Das hab ich genau gesehen. Oh komm, zum Abschluss noch den Hügel runter hier. Geht Gas. Ich will hier runtersliden. Juchu. Ja, so wütlich doch. Oh. Whoah? Sch announces, dass du gleich Wenn du das nicht lang so painful... Ah! Geduld dieser Đ commune! Um mal aus着kirjentes langer sagtene was mit ihm schonrat. Vielen Dank.